JavaScript lebt traditionellerweise in HTML-Dokumenten und wird ausgeführt, sobald das HTML-Dokument aus dem Web geladen wurde, durch die Browser-Software. JavaScript kann aus einfachen Dokumenten komplexe Software machen und in diesem Zusammenhang wird von DOM-Manipulation gesprochen. Und diesen Begriff möchte ich etwas erläutern. Es ist eine Abkürzung und sie steht für Document Object Model. Einerseits ist es eine Technologie, die wir mit JavaScript und der Browser-Software benutzen können. Andererseits ist es eine Art, HTML-Dokumente abzubilden oder zu verstehen. Zur Repetition, ein Objekt ist ein Datentyp in JavaScript und hier ist so ein Objekt abgebildet und es wird einer Variablen myThing zugewiesen. Bevor ich sage, aus was das Objekt besteht, kannst du vielleicht schnell pausieren und selber überlegen, was das ist. Objekte sind Datensammlungen und sie enthalten Eigenschaften oder Namen und diesen Namen sind Werte zugeordnet. Also hier habe ich die Eigenschaften Fu und Bar und zugeordnet sind eine Zeichenkette, hello, und eine Zahl 23. Und diese Eigenschaft Wertpaare wird durch Komma getrennt. Ich kann diese Werte ansprechen, indem ich die .notation, die Punkt-Schreibweise verwende. Das Objekt wurde der Variablen myThing zugewiesen und dann kann ich schreiben myThing Eigenschaftname Fu und dann kriege ich den Wert, der diesem Namen zugeordnet ist. Und wenn ich sage myThingBar, kriege ich die Zahl 23. Und noch etwas, was wir anschauen müssen, bevor wir herausfinden, was DOM bedeutet, ist ein wichtiges Prinzip in HTML. Hier siehst du einen HTML-Fehler. Es gibt einen öffnenden Tag, div, und dann kommt noch ein öffnender Tag, p. Und dann kommt ein schliessender Tag, div, und erst dann der schliessende p-Tag. Dadurch entsteht eine Verschränkung. Und das ist in HTML nicht möglich. Wenn die Software das interpretiert, wenn der Browser diesen Code prozessiert, dann wird er das korrigieren. Browser können Tags ignorieren oder hinzufügen, wenn es nötig ist. Durch solche Fehler zum Beispiel wird es notwendig, das zu korrigieren. Der Browser erfindet dann einen schliessenden p-Tag an der richtigen Stelle, nämlich bevor der grüne div-Tag geschlossen wird. Und der übrigbleibende schliessende p-Tag, der wird ignoriert oder vielleicht wird er ebenfalls durch einen öffnenden p-Tag ersetzt. Also so kann die Browser-Software kaputtes oder fehlerhaftes HTML ergänzen, sodass das korrekt interpretiert werden kann. Du kannst das gerne ausprobieren. Es ist aber auch okay, wenn du das einfach zur Kenntnis nimmst. Also solche Verschränkungen sind in HTML nicht zulässig. HTML ist immer hierarchisch und das bedeutet folgendes. Hier siehst du vier Tags. Einen div-Tag, einen article-Tag und h1 und p. Und der article-Tag, der ist im div-Tag enthalten. Und h1 und p sind im article-Tag enthalten. Also div ist eine Art Kiste und in dieser Kiste ist eine weitere Kiste namens article und die enthält wieder zwei Kisten nebeneinander, h1 und p. Also wir können sagen, h1 und p, die sind nebeneinander, auch wenn sie untereinander geschrieben werden, aber sie sind auf der gleichen Ebene, sie sind in der Kiste article drin. Und article ist wiederum in div enthalten. Und diese Beziehungen, das sind zwei verschiedene Beziehungen. Die eine ist, ich bin in der Kiste drin oder ich habe eine Kiste in mir drin. Das ist die eine Art der Beziehung und das andere ist, ich bin zusammen mit einer anderen Kiste da. Also h1 existiert neben p. Aber h1 und p sind in article drin und article ist in div drin. Das sind die möglichen Beziehungen in HTML, die einzigen. Und die haben Namen. Hier siehst du die Beziehungen als Pfeile abgebildet. Ein Tag, der andere Tags enthält, der wird als parent bezeichnet. Und die Tags, die in einem Tag drin sind, die werden als children bezeichnet. Also älteren Kind. Das ist eine Kiste, die andere Kisten enthält. Das ist die älteren Kiste und die Kisten, die drin sind, das sind die Kinder. Und wenn mehrere Kisten nebeneinander stehen, wie vorher der h1 und p-Tag, dann sind das Geschwister, das wird als sibling bezeichnet auf Englisch. Also noch einmal zurück zu diesem Beispiel. Div ist der parent von article und article ist child von div. Und article ist wiederum parent von h1 und p. h1 und p sind die children von article. Und h1 und p, das sind Geschwister, siblings. Und jetzt kommen wir zu dem, was mit Modell gemeint ist, wenn wir Document Object Model sagen. HTML-Dokumente lassen sich als Baumdiagramm abbilden und verstehen. Hier siehst du die ganz grundlegenden Tags, die in jedem HTML-Dokument vorhanden sein sollten. Nämlich HTML, Head und Body. Zusätzlich gibt es auf der ersten Zeile meistens die Deklaration des Dokumententyps. Das Dokument sagt, hallo, ich bin HTML, bitte prozessiere mich entsprechend. Aber das eigentliche Dokument, das ist im HTML-Tag enthalten. Das ist der übergeordnete Tag des gesamten Dokumentes. Und wird hier pink eingefärbt. Und wenn wir versuchen, diese HTML-Struktur als Diagramm abzubilden, dann können wir das in solche Knoten übersetzen. Der pinke Knoten, das ist der Parent. Und seine zwei Kinder, das sind der Head-Tag und der Body-Tag. Und so entsteht eine Verzweigung. Und der Head- und der Body-Tag, das sind Geschwister. Und jetzt sind im Head-Tag wahrscheinlich weitere Tags drin. Zum Beispiel ein Meta-Tag, der den Zeichensatz beschreibt, der hier zum Einsatz kommen soll, um alle Texte korrekt zu rendern. Oder der Title-Tag, der den Titel des Dokuments enthält, der dann vielleicht benutzt wird, um den Tab zu beschriften im Browser. Das sind wiederum Siblings und das sind Children von Head. Und die lassen sich wieder als solche Zweige abbilden, die aus diesem grünen Knoten, aus dem Head-Knoten entspringen. Und der Body enthält sicher auch Tags. Zum Beispiel einen Kopfbereich, einen Hauptbereich und einen Fussbereich. Dafür gibt es benannte Tags, Header, Main und Footer. Die sind technisch genau gleich wie Div. Aber dadurch, dass sie einen Namen haben, können Suchmaschinen einfacher darauf schliessen, was für Inhalte sie enthalten. Auch für uns Menschen ist das einfacher lesbar als Div. Das sind drei Siblings und das sind die Kinder von Body. Und so kommen aus diesem grünen Body-Knoten wieder drei neue Zweige. Und dann könnte der Main-Tag, der könnte eine Liste enthalten. UL steht für Unordered List. Das ist eine Punktliste. Und die drei Elemente hier drin, diese blauen, das heisst List-Item. Das sind Aufzählungspunkte. Jetzt kannst du kurz nachdenken, wie das abgebildet wird. UL ist Child von Main. Main ist hier der zweite dieser drei orangen Knoten, die aus dem Body-Knoten kommen. UL ist ein Kind davon, also gibt es hier wieder einen Zweig. Und die List-Items, das sind die Kinder von UL und das sind Siblings. Also drei weitere Knoten, die aus dem UL-Knoten entspringen. Und der Futter hat vielleicht auch noch zwei Kinder, P und Image. Und der Header hat, jetzt habe ich ja in der Reihenfolge, war ich nicht so sauber. Der Header hat ein Kind, H1, und der Futter hat zwei Kinder. Also wachsen hier weitere Zweige aus diesen Knoten. Und so wird das HTML-Dokument in eine Art Baum übersetzt. Jedes HTML-Dokument lässt sich so abbilden und begreifen. Und das Document-Object-Model, das ist die Art und Weise, wie der Browser dieses Dokument interpretiert und wie wir mit JavaScript mit diesem Dokument interagieren können. Oder an welche Struktur wir uns halten müssen, wenn wir mit dem Dokument interagieren. Die Browser-Software, die stellt für JavaScript eine Variable zur Verfügung. Und die Variable heisst Document. Und in Document ist ein Objekt enthalten. Die Variable ist ein Objekt. Und dieses Objekt umfasst alle Knoten des HTML-Dokuments und alle Informationen, die irgendwie im Zusammenhang mit diesem Dokument stehen. Und mit JavaScript kannst du mit diesen Daten arbeiten. Du kannst dieses Document-Objekt manipulieren. Du kannst es ändern. Du kannst Knoten wegnehmen, hinzufügen, Inhalte ändern und so weiter. Also Document ist der Name einer Variable und die enthält alles, was sich um diesen Dokumentenbaum dreht. Und das Objekt hat auch eine ganze Reihe von Methoden, die dazu dienen, mit diesem Objekt zu interagieren. Zum Beispiel gibt es eine Methode namens QuerySelector. Und die akzeptiert als Argumente Namen, die genau gleich geschrieben werden wie Selektoren in CSS. Darum heisst es Selector. Also wenn du Futter schreibst, in Anführungszeichen, weil es eine Zeichenfolge ist, dann kriegst du den Teil des Dokumentes, den Knoten, der mit diesem Selektor gefunden wird und alle seine Kinder. Und dann kannst du das zum Beispiel in eine Variable speichern und Kinder hinzufügen oder ändern oder entfernen. Also abschliessend können wir hier zusammenfassen, das Document-Object-Model DOM, das ist die Schnittstelle für JavaScript, um im Browser ein HTML-Dokument zu manipulieren. Und eine Schnittstelle für eine Programmiersprache, das wird als API bezeichnet. Das heisst auf Englisch Application Programming Interface. Und darum können wir sagen, das DOM ist die API des Browsers für JavaScript. das wird als HTML-Dokument-Model-OS-System gemacht. Und da kann ich auch das HTML-Dokument-Model-Einigungs-Dokument. Und dann kann es besser auf dem Dinkment-Model-Einigungs-Dokument-Model-Artikel-Stelle-Einigungs-Dokument-Port. Und dann kann es einfach mehr so schnell zu kackt werden. Aber hier wird dann das��ische Futter-Gridner.